Die FIFA-Club-Weltmeisterschaft 2016 wird die 13. Austragung dieses weltweiten Fußballwettbewerbs für Vereinsmannschaften sein und findet 2016 zum achten Mal in Japan statt. Ursprünglich hatte sich neben Japan auch Indien um die Austragung der Turniere 2015 und 2016 beworben. Am 23. April 2015 erteilte die FIFA Japan den Zuschlag. Modus Gegenüber dem seit 2007 geltenden Austragungsmodus gibt es keine Änderungen. Das Turnier wird mit sieben Teilnehmern ausgetragen. Neben den sechs Siegern der kontinentalen Meisterwettbewerbe auf Klubhebene aus Asien, Afrika, Karibik, Nord- und Zentralamerika, Südamerika, Europa und Ozeanien tritt auch der japanische Meister an, der zunächst ein Ausscheidungsspiel gegen den Sieger der UFC Champions League bestreiten muss. Wenn ein Klub aus Japan die AFC Champions League gewinnt, ist der am besten platzierte nicht-japanische Klub qualifiziert. Der Sieger des Ausscheidungsspiels spielt mit den Vertretern Afrikas, Asiens und der Konkakaf zwei Teilnehmer am Halbfinale aus. Dafür sind die Teilnehmer aus Europa und Südamerika bereits gesetzt und bestreiten somit nur je zwei Spiele. Gespielt wird im K.O.-System. An elf Tagen finden acht Spiele statt. Teilnehmer Teilnehmer werden die Sieger der folgenden Wettbewerbe sein.